Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und wir möchten uns in dieser Folge einem sehr wichtigen und oftmals unterschätzten Thema widmen, nämlich dass Essstörungen bei Kindern schon früher beginnen können, als man manchmal denkt. Hierzu haben wir Julia Steppert zu Gast. Sie sitzt selbst an einer Essstörung und ist heute als Psychologin und Ernährungsberaterin tätig. In dieser Episode verrät sie uns, wann überhaupt von einer Essstörung besprochen werden kann, auf welche frühen Signale Eltern achten sollten und wie man im Ernstfall mit der Situation umgeht. Und dann begrüße ich recht herzlich die liebe Julia. Schön, dass du heute bei mir im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Ich habe dich gerade schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber noch mal, wer du bist und was du so machst. Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich bin Julia. Ich bin klinische Psychologin und Ernährungsberaterin und habe vor, ja, ich glaube, es ist jetzt vier, fünf Jahre her, begonnen auf Seelenmut auf Instagram über Essstörungen erstmalig so ein bisschen aufzuklären, zu entstigmatisieren, auch über meine persönliche Geschichte zu berichten. Und jetzt ist da, ja, was irgendwie ein sehr großes Projekt draus geworden und hat sich auch noch ein bisschen mit dem Thema Trauma und Nervensystem verzweigt und darf das jetzt so ein bisschen als meine Mission, aber auch als meine tägliche Arbeit sehen, was mir ja einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Du hast es gerade schon mal kurz angeteast, aber da wollen wir natürlich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Es kommt aus deiner persönlichen Geschichte heraus. Bist du, also darfst gerne gleich noch genauer erzählen, aber bist du dann auch durch deine persönliche Erfahrung zu deinem tatsächlichen Beruf jetzt auch gekommen oder wie hat sich das alles entwickelt? Hol gerne mal aus. Ja, auch da muss ich sehr weit ausholen. Also genau, ich war selbst betroffen von Magersucht, sieben Jahre lang tatsächlich. Es hat mich sehr lange begleitet, hat so mit 16 angefangen, so ein typisches Alter tatsächlich auch und war damals auch so ein bisschen mit diesem Sprung Mittelreife, Oberstufe, Abitur. Und damals wusste ich tatsächlich noch gar nicht so genau, was ich machen wollte und hatte dann erst mal tatsächlich im Bereich der Physiotherapie angefangen und dort auch fünf Semester studiert und war so ein bisschen mit der Medizin auch erstmal ein bisschen verbunden, weil so meine Eltern auch in dieser Richtung tätig sind und habe dann immer gemerkt, irgendwie möchte ich da nochmal tiefer. Irgendwie möchten die Leute auch viel mehr über ihre Probleme sprechen und habe gemerkt, ich möchte da irgendwie nochmal ein bisschen tiefer schauen. Und natürlich auch durch meine eigene persönliche Heilungsreise, die auch stattgefunden hat, habe ich mich dann nochmal getraut, dieses Studium abzubrechen und komplett neu anzufangen. Und bin dann den Weg über zur klinischen Psychologin sozusagen gegangen und habe währenddessen das sozusagen aufgebaut. Und das war aus mir so dieser Wunsch, ich will was nach draußen geben und irgendwie, vielleicht geht es auch anderen so, dass so klassische Sachen in der Therapie nicht helfen oder es irgendwie doch mal auch jemanden geben muss, der sich auch so fühlt wie ich. Und dann habe ich da auf Instagram gestartet, damals noch mit nur Affirmationen und gar nicht mich persönlich sozusagen mit einbezogen. Und dann stieß das auf. So eine Resonanz und Dankbarkeit, das ist ja für mich immer noch ein total großes Geschenk. Und bin dann zum Glück dran geblieben, auch rückblickend. Und dann hat sich das so groß aufgebaut und hat sich immer mehr vernetzt. Und ja, dann kam das eben auch mit meiner Selbstständigkeit und habe dann auch nach dem Studium gesagt, ich gehe explizit nicht den Weg der Psychotherapie, sondern bleibe klinische Psychologin, weil ich doch so manche Sachen im Bereich von dem System einfach, wo wir drinstecken als Psychotherapeuten, auch in Verbindung mit der Krankenkasse nicht ganz dahinter stehe. Und mir war es wichtig, auch wirklich einen Beruf zu leben, wo ich mich einerseits freigestalten kann und gleichzeitig nicht irgendwo reingepresst werde, weil mich genau das auch früher unheimlich krank gemacht hat. Und dementsprechend habe ich dann so ein bisschen da mich auch gewagt und habe mich da getraut, das zu machen. Und jetzt ist es einfach unheimlich schön und eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und ja, scheint auch sehr vielen zu helfen, so was ich an Resonanz bekomme. Ja, man merkt auch, dass du sehr aufgehst in dem Thema und dass du damit so mit Begeisterung davon erzählst. Ich glaube, da kann ja jeder nur davon träumen, so eine Berufung zu finden, auch wenn der Weg dahin schwer war. Also du hast gerade schon vom Druck und vom Reingepresst werden gesprochen. Magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie bei dir das mit der Essstörung von Schatten gegangen ist, wie du da gelandet bist? Ja, ich würde sagen, heute sind mir so andere Aspekte auch bekannt. Ich muss sagen, damals dachte ich so, naja, so ein bisschen halt durch den Druck in der Schule, Leistungsdruck war auf jeden Fall ein Thema. Und es war tatsächlich bei mir gar nicht dieser klassischen Form, ich habe eine Diät gemacht und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht, sondern ich hatte dieses Thema als Referat in der Schule und ich habe mich damals unheimlich sehr nach etwas gesehen, wo ich endlich mal eine Kontrolle habe, wo ich endlich mal so das Gefühl habe, habe, das ist meins, weil ich sehr viel in der Kindheit erlebt habe. Es wird über mich hinweggegangen, es wird über mich bestimmt. Und das war dann so ein großer Punkt, auch so ein Glaubenssatz, den ich sehr getragen habe, war, ich bin nicht gut genug, ich muss immer was leisten, um zu sein. Und das war irgendwie für mich nur, da war irgendwie so eine gewisse Begeisterung da, auch wenn das sehr komisch klingt, als diese Krankheiten vorgestellt worden sind. Und ich habe mich dann ganz, ganz viel so damit beschäftigt, habe Bücher gelesen und dachte, naja, eigentlich ist das so ein bisschen auch simpel, ich mache so ein bisschen Diät oder ich lasse mal so Sachen weg. Und ich habe mich damals auch schon sehr, schon unwohl gefühlt in meinem Körper. Ich war nie total übergewichtig, aber irgendwo war es auch immer so dieses, naja, es könnte ja auch noch besser sein. Oder es gibt ja auch andere Mädchen damals, die hatten einfach die Sachen, die ich gerne gehabt hätte. Und so habe ich dann so immer mal wieder dann angefangen, Dinge wegzulassen, Süßigkeiten. Und das ist ja auch alles nicht so gut und wurde damals auch schon im Elternhaus geprägt. Wie geht gesunde Ernährung? Was ist wichtig für den Körper? Und das war direkt so, dass ich so das Gefühl hatte, boah, ich kann da mal was so richtig gut. Also es ist nicht schwer, Süßigkeiten wegzulassen. Es fiel mir zwar schwer, aber ich hatte dann immer wieder diese Bestätigung auf der Waage, so es wird weniger und ich kann endlich mal was. Es hat mich unheimlich erfüllt. Also auch wenn es sehr, vielleicht auch ein Stück weit krank klingt. Für mich war das irgendwie so dieses, ich habe endlich mal Kontrolle. Ich habe da irgendwie auch so eine Welt, weil es schon eine Welt ist. Man lebt wie mit einer zweiten Stimme im Kopf, die mir einfach unheimlich viel in dieser Zeit gegeben hat, wo es mir eigentlich schon sehr schlecht ging. Und dann hat sich das leider auch sehr, so ein bisschen verselbstständigt. Einfach weil dieses Gefühl dann auch und die Verknüpfungen, wie hier in dir stattfinden, auch bei Sucht so schnell gehen und manchmal auch leider unbewusst sind, dass man erst so das Gefühl hat, oh, ich bin krank oder ich bräuchte doch Hilfe, wo man eigentlich schon gar nicht mehr durch die Steuern kam, wo es auch ein bisschen leider zu spät war. Und dann bin ich da sehr schnell auch reingerutscht, auch durch noch mehr so Internetseiten, die das propagiert haben und wo ich dann immer mehr irgendwie haben wollte von dieser Krankheit. Und gleichzeitig war es ein mega gutes Schutzschild oder eine Strategie einfach, um zu Hause zu überleben, sage ich mal, um da einfach mit zurecht zu kommen, diesem Leistungsdruck standzuhalten und habe mir da halt so ein bisschen meine eigene Welt aufgebaut. So ist das so ein bisschen entstanden, mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast es dir ja auch auf Instagram zur Mission gemacht und natürlich auch mit deiner täglichen Arbeit da anderen zu helfen, die auch betroffen sind. Jetzt hast du aber auch ein Buch geschrieben. Und das heißt, warum Kinder nicht richtig essen. Und ich habe, als ich den Titel gelesen habe, muss ich ehrlich geschehen, habe ich mir gedacht, Kinder essen doch nie richtig. Also ich muss jetzt mal von meiner Erfahrung sprechen. Meine Tochter ist jetzt ein bisschen über zweieinhalb und unsere Beikostentwicklung war echt schwierig, beziehungsweise sie wollte ganz, ganz lange, hat sie überhaupt nichts vom Essen wissen wollen und dann so nach und nach. Gestern hatte ich erst Entwicklungsgespräche in der Kita und wurde dafür gelobt, wie toll mein Kind ist und dass es alles ist und dass es alles probiert und echt richtig super. Da habe ich mich voll gefreut. Aber ich kenne es halt auch aus meinem Umfeld. Also ich habe fünf Nichten und da gibt es immer eine, die irgendwie gerade einen Spinner hat und nicht richtig ist. Also da kann man, glaube ich, schwierig differenzieren, beziehungsweise würde mich da auch aus deiner Sicht mal interessieren, wann ist ein Kind denn nicht richtig? Beziehungsweise wann lohnt es sich denn mal genauer hinzuschauen? Weil eine Nichte von mir zum Beispiel, die isst fast nur Nudeln und Dino-Nuggets und ich glaube, es gibt viele Kinder, die tatsächlich eine sehr lange Zeit sich sehr einseitig ernähren, um es mal so zu sagen. Deswegen, wo sollten denn so ein bisschen die Alarmglocken vielleicht bei den Eltern angehen? Ja, der Titel ist, das ist immer so interessant, hat eine interessante Resonanz tatsächlich auch. Deswegen gibt es zum Glück ja diesen kleinen Untersatz, so die wahren Ursachen von Essstörungen. Also natürlich kann man nicht sagen, nur weil ein Kind jetzt sehr einseitig ist, ist es jetzt irgendwie nicht richtig. Das ist so ein schwieriges Wort, was bedeutet richtiges Essen? Ich würde sagen, in unserer heutigen Gesellschaft ist ja Essen auch so ein großes Thema. Gerade auch so im Bereich irgendwie von Mutter-Kindern auch, was darf das Kind? Auch so dieses Thema Verträglichkeiten. Irgendwie kommt auch jeden Tag gefühlt so ein bisschen was Neues raus, was gerade gut ist, habe ich den Eindruck. Oh, hör auf, ja. Ich habe das Gefühl, wenn man heute jetzt nicht mit dem Cholesterintracker am Arm rumläuft, dann ist man schon gar nicht mehr normal. Ja, oder glutenverträgt. Also es ist unheimlich schwer heutzutage, weil so viel propagiert wird und einfach auch sehr viel, ja, da so industriell dahinter steht, sage ich einfach mal. Also wenn man in den Supermarkt schaut, auch so dieses Protein-Thema. Also grundsätzlich ist es natürlich auch voll in Ordnung, wenn Kinder gerade so in jüngeren Jahren einfach auch mal so ihre Favorites haben. Also ich damals als Kind hätte mich auch am liebsten von Nudeln und Pizza ernährt. So Dino-Nuggets waren auch hoch im Kurs. Damals gab es auch noch Fleisch. Also hat bei mir einfach mit dazugehört. Und ich glaube so, das ist einfach ganz natürlich bei Kindern, dass es einfach so Favorite-Sachen gibt. Ich glaube, wichtig, wo Alarmglocken vielleicht irgendwann sozusagen mal schellen sollten, ist, wenn das Kind zum Beispiel gar nicht mehr an gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen möchte. Also wenn es sich irgendwie immer mehr zurückzieht, isoliert. Wenn die Eltern sehen, oh, mein Kind hat abgenommen. Oder es ist bei regelmäßigen Untersuchungen und es wird festgestellt, irgendwie stimmt das nicht, Gewicht und Größe. Oder einfach auch, dass Essen komplett verweigert wird. Aber irgendwo das Kind natürlich ja auch seine Energie und sein Essen braucht, gerade für die Entwicklung. Das sind dann eher so Sachen, wo man vielleicht mal drüber nachdenken oder auch sprechen sollte. Was ist denn gerade los? Warum möchte das Kind nicht mehr essen? Warum lässt es Sachen irgendwie weg? Pausenbrote werden weggeschmissen oder nicht gegessen. Also da braucht es ein bisschen mehr als, ich sage jetzt mal, eine einseitige Ernährung. Das ist jetzt natürlich kein Problem. Ich habe mir auch die Frage gestellt, weil gerade, wie gesagt, die Kleinkinder, die haben ja wirklich ganz, ganz spezielle Vorstellungen davon, wie ihr Essen sein soll oder nicht sein soll. Oder wer den Joghurtdeckel aufmacht oder die Banane schält und so. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch noch ein Alter, wo man da auch gar nicht so, ich sage jetzt mal, penibel sein sollte, wenn einem jetzt irgendwie mal was eine Zeit lang komisch vorkommt. Weil es sind halt oftmals Phasen, die sich auch wieder geben. Würdest du sagen, es gibt auch ein Alter, so eine Altersgruppe von Kindern, wo das vielleicht vermehrt auftreten könnte, also wo einem dann das eher komisch vorkommen sollte, wenn das Kind jetzt mal zum Beispiel ein Essen verweigert oder so. Weil ich habe zum Beispiel auch mal eine zweieinhalbjährige da sitzen und die hat definitiv keine Essstörung, wenn sie mal das Essen verweigert. Die will halt einfach nur was anderes essen. Aber gibt es so ein Alter, wo du sagst, das ist vielleicht dann schon ein bisschen kritisch? Immer schwer zu sagen. Also früher waren Erstörungen mehr so im klassischen Pubertätsjugendalter, frühes Erwachsenenalter. Mittlerweile heute findet man auch leider schon im Grundschulalter Kinder mit Erstörungen in Kliniken. Also es wird immer jünger. Ich würde sagen, Social Media, großer Faktor. Also was wird da vorgelebt? Wie viel Zugang haben die Kinder auch zu diesen Menschen, die irgendwas propagieren mit ihrem Körper? Ein Ideal vorleben, eine Welt vorleben? Also es ist unheimlich schwer, da eine Grenze zu ziehen. Ich würde sagen, dass man in jedem Alter, auch im kleineren Kindalter, da immer so ein bisschen das Ganze beobachten darf. Aber es kommt auch immer darauf an, wie sieht denn das Thema Körper und Essen einfach zu Hause aus? Also es geht in dem Buch ganz viel einfach auch um das System der Familie, weil das Kind ist ja immer eigentlich ein Symptomträger sozusagen. Also es zeigt ein Verhalten, nicht unbedingt ja, weil es Freude daran hat, sondern es reagiert auf irgendwas im System der Familie. Und ich glaube, da ist es auch immer wichtig zu gucken, was für ein Verhältnis hat die Mama auch zum Essen oder auch der Papa. Einfach, weil Kinder ja wahnsinnig viel beobachten und einfach auch dadurch lernen. Und da meistens häufig es auch ist, dass auch die Mama irgendwelche Themen mit dem Essen hat. Also Süßigkeiten werden von klein auf eben gesagt, oh, pass lieber auf, lieber nicht zu viel essen. Zum Beispiel war das bei mir so. Das heißt, ich habe recht früh gelernt, die sind auf jeden Fall nicht immer verfügbar und da muss ich aufpassen. Und das macht natürlich so wie so einen fruchtbaren Boden so ein bisschen. Ja, es kann einfach sein, dass sich dadurch gewisse Glaubenssätze entwickeln. Das heißt noch nicht, dass dadurch eine Erstörung entsteht. Ganz wichtig. Das sind dann, da braucht es noch mehr Faktoren. Einfach auch von außen, dass wirklich das Kind dann sowas langsam entwickelt und zeigt. Weil es ist meistens ein Schleicherprozess. Also wie du sagst, so einmal das Essen zu verweigern, das ist einfach gar kein Thema. Und da sprechen wir jetzt auch über keine Pathologie. Das ist dann einfach über die Zeit wahrscheinlich, dass einem irgendwann mal auffällt, oh, irgendwo mein Kind vermeidet es immer irgendwie da und da sozusagen mitzuessen. Oder es möchte dann gar nicht mehr auswärts essen. Oder ich sehe einfach auch wirklich, oh, es nimmt immer mehr ab. Ja, beispielsweise. Also einfach da gehört ein bisschen mehr dazu. Und vor allen Dingen auch, dass ein gewisser Leidensdruck ja auch immer wichtig ist dafür. Also macht mein Kind gerade etwas, worunter es leidet, worunter vielleicht auch dann die Mama, die Familie leidet. Also das sind dann schon ein bisschen stärkere Baustände sozusagen, wo man dann doch mal vielleicht drauf schauen darf, gemeinsam auch mit jemandem. Zu der These aus deinem Buch komme ich auf jeden Fall auch später noch. Was mich jetzt vorab erstmal noch interessieren würde, welches Essverhalten ist denn normal? Ja, also normalerweise ein intuitives Essverhalten, indem wir auf unser Hunger- und Sättigungsgefühl hören. Sprich, wenn ich Hunger habe, dann mache ich mir was zu essen. Und ich zum Beispiel, also ganz typisch in der Essstörung ist ja dieses Aufschieben. Und ich esse nach Uhrzeiten, ich esse nach Kalorien. Jemand, der intuitiv ist, der kennt kein Konzept von, ah, es ist 14 Uhr, jetzt darf ich essen, sondern wenn ich halt um 10 nochmal Hunger habe, esse ich halt um 10 was. Und das Thema emotionales Essen. Also ich würde sagen, auch ein gesunder Esser isst vielleicht mal ein bisschen über seine Sättigung. Ich glaube, das kennen wir alle. Vielleicht jetzt, wenn Ostern kommt, wo Weihnachten war. Aber natürlich essen wir uns ja auch mal ein bisschen voller, dass wir vielleicht wirklich uns so ein bisschen danach, oh, ein bisschen voll fühlen, so ein bisschen aufgebläht. Auch das ist mal normal. Es kommt einfach immer darauf an, wie gehen wir denn danach mit uns um. Ja, also werten wir uns dafür ab und sagen, oh, nächsten Morgen muss ich aber wieder ins Fitnessstudio, damit ich ja nicht irgendwie was ansetze. Das sind natürlich immer so Sachen, da darf man nochmal ein bisschen vielleicht für sich auch dann drauf schauen, warum muss ich, habe ich immer Angst davor, dass ich zunehme oder warum muss ich da immer mich dann auch zum Sport hinquälen. Es kommt ja auf eine gewisse Balance an, sowohl von den, ich sag mal, Lebensmitteln, die vielleicht nicht ganz so als gesund gelten. Auch die sind nicht unbedingt jetzt verteufelt oder Sachen mit Weizenmehl. Ist gar nicht schlimm, es kommt auf eine Balance drauf an, dass wir irgendwo alle Nährstoffkomponenten von Kohlenhydrate, Fette, Proteine so in unserem Alltag haben, dass wir natürlich auch ein bisschen Bewegung drin haben, aber alles nicht in diesen extremen Maßen. Ja, also alles, was so in Extreme geht, das ist so dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht ganz so normale Essverhalten, wobei auch da es ganz viele einfach heute gibt, die das als ganz normale achten, weil ich würde schon behaupten, in unserer Welt sind einfach leider viele Ess gestört, weil es einfach immer mehr dieses Bild ist, so man muss seinen Körper in einer Form halten, gerade auch als Frau. Das ist ganz gespannt, weil da auch so eine ganze große Industrie dahinter steht an Frühling heißt abnehmen, Sommer heißt abnehmen. Also wir werden ja auch jeden Tag damit gefüttert sozusagen. Aber am besten Fall sind wir in Freundschaft mit unserem Körper, dass wir auf unsere Signale hören, auch Müdigkeit, unser Körper uns auch vertrauen kann, dass wir immer Energie zur Verfügung bekommen, weil unser Körper immer noch nach dem Steinzeitprogramm denkt. Und da ist einfach jedes Verbot an Nahrungsmitteln, auch jede Restriktion ist so ein Notzustand, auf das irgendwo Spannung und Angst folgt, was langfristig sich dann leider nicht so gut entwickelt. Ja, man muss ja ehrlicherweise auch sagen, Kinder haben ja von Natur aus diese Intuition, wann brauche ich Essen und wann brauche ich es eben nicht. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich am Anfang total gestresst, als es hieß, ja, das Kind soll fünf Mahlzeiten am Tag maximal zu sich nehmen und zwischendurch Pause und was weiß ich was. Und mein Kind hat halt einfach öfter Hunger. Also nur mal als Beispiel, mein Kind steht auf und braucht direkt nach dem Aufstehen was zu essen, was aber völlig normal ist, weil sich ja über die Nacht die Blutzuckerspeicher irgendwie auflösen und dann braucht man halt wieder Nachschub. Dann braucht mein Kind aber meistens auch noch, weil sie ein relativer Frühaufsteher ist, noch mal was vor der Kita. Kommt sie dann einfach und sagt, ich habe Hunger, ich möchte noch mal was essen. Ja, wer bin ich denn, dass ich meinem Kind dann nichts zu essen gebe? Natürlich kriegt sie dann noch mal was zu essen. In der Kita gibt es dann eben eine Brotdose, dann gibt es Mittagessen. Und wenn ich sie aus der Kita hole, gibt es auch wieder einen Snack, weil da hat sie auch schon wieder Hunger. Nach dem Mittagsschlaf hat die auch immer Hunger. Über den Nachmittag möchte sie dann noch mal was und dann gibt es Abendessen. Das heißt, mein Kind isst halt siebenmal am Tag und nicht fünfmal. Und am Anfang habe ich gedacht so, nein, das stimmt ja nicht und was weiß ich was. Aber auf der anderen Seite, es hat irgendwie nicht mit mir resoniert zu sagen, ich verwehre meinem Kind eine Mahlzeit oder ich schaue, dass es bei der einen Mahlzeit deutlich mehr ist, obwohl es eigentlich gar nichts mehr will. Weil das ist ja genau der Punkt, so trainiert man den Kindern ja ab, dass die ihr Sättigungsgefühl verstehen, dass die ihr Hungergefühl verstehen. Also möchte ich das ja lieber fördern. Und ich habe zum Beispiel auch noch nie irgendwie Süßigkeiten verboten oder so. Also mein Kind ist sowieso, hat glaube ich ein ganz gesundes Verhältnis dazu, weil die isst auch gar nicht so viel Süßigkeiten. Also wenn die ihre ein, zwei Stück Schokolade isst, dann ist das für die fein. Und dann sage ich auch nie, ja, das müssen wir jetzt irgendwie restriktiv betrachten, weil scheinbar hat sie ja ihr Bedürfnis gestillt und das ist wieder okay. Ich habe aber neulich, als Freunde bei uns zu Besuch waren, und das fand ich jetzt wiederum auch auf diese Restriktionen spannend, habe ich wirklich miterlebt, wie zu dem kleinen Jungen, der ungefähr im Alter von meiner Tochter ist, gesagt wurde, okay, jetzt ist aber mal gut, gell, also das war jetzt genug. Jetzt hast du so viele, ich glaube, so Einhorn-Puffs gegessen, ne. Jetzt ist mal wieder gut, ne. Und ich hatte halt für die Kinder auch noch Donuts besorgt, weil ich gedacht habe, die freuen sich dann. Meine hat natürlich den halben Donut weggeatmet. Der Kleine hat ihn nicht mal angerührt. Ich glaube, also die Eltern haben es auch nicht mehr aktiv angeboten. Ich habe dann zu denen gesagt, ja, da kann ja gerne auch noch den Donut haben, den halt für die Kinder mit. Nee, nee, der hatte jetzt schon genug. Und ich glaube tatsächlich schon, dass so eine Einstellung, wie du sagst, früher oder später, schon eventuell, in Anführungszeichen, einen Schaden hinterlassen kann. Ich will jetzt natürlich unseren Freunden da nichts irgendwie unterstellen, dass die das immer so machen oder was weiß ich was. Aber mich würde halt zum Beispiel auch interessieren, kann ich denn jetzt als jemand Außenstehender, dem sowas auffällt, kann ich in so einer Situation vielleicht auch mal das Gespräch mit den Eltern suchen oder einfach mal nachfragen, hey, warum handhabt ihr das denn so? Weil das wäre ja, käme ja dem Kind auch zugute. Oder bin ich dadurch dann übergriffig? Oh ja, das ist immer so, ich glaube, ein schwieriges Thema, so andere in ihrer Erziehung zu beraten. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass das so, also jeder Elternteil hat natürlich so seine eigenen Richtlinien und Prinzipien. Eben wie du sagst, also es ist natürlich, es formt etwas, womit wir aufwachsen. Und ich so in meiner Zeit, und ich kenne das auch von anderen, die so ein bisschen sehr gesund geprägt worden sind, sobald die Schule losgeht und man bekommt Taschengeld, ist das dann einfach so dieses Ding, was man sich halt heimlich holt. Und es spricht ja auch überhaupt nichts gegen Süßigkeiten. Oder wenn du sagst, da sind mal Freunde eingeladen, da gibt es halt mal ein bisschen mehr wie auf einem Geburtstag. Ja, also auch wir Erwachsene würden ja dann nicht sagen, oh, jetzt esse ich aber nur zwei Sachen und dann lasse ich das sozusagen, wenn daneben vielleicht noch eine lukrative Torte steht. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube da, dass du einfach persönlich für dich reinfühlen, wie nah dir auch diese Freunde stehen und wie du sie einschätzt, ob sie dafür offen wären. Ja, also ich glaube, man darf immer so ein bisschen da ins Gespräch bestimmt gehen und auch so ein bisschen fragen, warum macht ihr das denn so? Und dann kann man meistens auch an der Reaktion relativ schnell ablesen. Kommt ja jetzt so was total, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen auch Pampiges rüber. Oder man fühlt sich irgendwie vielleicht auch angegriffen. Dann würde ich so ein bisschen, also das ist immer was Persönliches. Ich glaube, man kann nie zu wenig oder zu viel drüber sprechen sozusagen. Gleichzeitig ist es natürlich jedem irgendwie sozusagen auch das Seine, weil das natürlich eine eigene Erziehung ist. Aber beratend, wenn du das Gefühl hast, auch die wären dafür offen, kann man es probieren. Ob sie es dann umsetzen, ist wahrscheinlich wieder was ganz anderes. Du stimmst mir aber zu, dass eben solche Aussagen schon den Grundstein legen können für etwas, was später zum Problem werden könnte, oder? Es ist so ein bisschen genau, es formt vielleicht einfach beim Kind so dieses Thema, naja, ich muss halt aufpassen und ich kann mir jetzt Süßigkeiten nicht sozusagen ganz frei zu Hause einteilen. Also wird das Kind sich das wahrscheinlich einfach ein bisschen heimlich holen. Das heißt noch nicht, dass es ein Problem ist. Ja, da braucht es dann einfach noch andere äußere Faktoren. Irgendwie das Kind fühlt sich jetzt einfach so generell nicht gesehen vielleicht zu Hause oder hat so das Gefühl, irgendwie wird ganz viel über mich bestimmt. Dann kann Essen irgendwann zum Ventil werden. Aber so an sich allein ist es jetzt kein Baustein, dass später eine Erstörung entsteht. Das ist ganz wichtig. Aber es ist halt, Erstörungen entstehen nicht aus einem Ereignis oder sozusagen einem Glaubenssatz, sondern es ist ein fruchtbarer Boden da. Und dann braucht es äußere Kontextfaktoren, die sozusagen den Boden bewässern. Und dann entwickelt sich das meistens leider langsam schleichend. Und wann sprechen wir denn dann tatsächlich von einer Essstörung im Kindes- und Jugendalter? Es gibt natürlich so diese Diagnose-Kriterien. Ja, in der Psychologie füllt man Fragebögen aus. Das Kind wird gewogen, das Kind wird vermessen sozusagen. Das wird alles dann beim Hausarzt gemacht oder vielleicht auch beim Psychiater. Das heißt, da wird viel auch leider heutzutage noch auf das Gewicht geschaut. Und es wird ja auch kategorisiert. Es ist eine Magersucht, es ist eine Bulimie, es ist ein Binge-Eating. Oder im Kindesalter gibt es noch ein paar, ich sag mal, Extra-Esch-Störungen sozusagen, die es im Erwachsenenalter jetzt nicht gibt, weil das Kind ja in der Entwicklung einfach anders sich verhält als ein Erwachsener. Da wird ganz, ganz viel einfach danach geguckt, wie agiert das Kind im Alltag mit Essen. Also hat das einen Leidensdruck oder sagt es, da habe ich Angst davor oder das möchte ich nicht essen. Da habe ich irgendwie auch ekel Gefühle vielleicht. Und dann wird natürlich auch viel eben auf Gewicht und Größe geschaut, weil das ja bei den Kindern einfach ein wichtiger Punkt ist in ihrer Entwicklung. Und wie du sagst, sie verbrauchen wahnsinnig viel Energie, so im Mittagsschlaf. Dann haben die wieder Hunger. Das heißt, für die ist das natürlich wichtig, dass die sich auch gut entwickeln vom Gewicht her, dass das nicht irgendwo stehen bleibt. Also auch jetzt schwierig, es gibt keine drei Kriterien, wo ich dir jetzt sagen kann, daran macht man eine Ersch-Störung fest, weil es eben so ein bisschen einkategorisiert wird in der Psychologie, welches Bild sozusagen von Ersch-Störung ist es. Und dann wird das Kind sich genau angeschaut, sowohl einfach vom Verhalten her, von seinen Gedankengefühlen, aber eben ganz viel auch einfach Gewicht, Größe, Blutwerte. So die ganz normalen Parameter, die in so Untersuchungen und so auch gemacht werden. Du hast jetzt gerade die familiären Faktoren schon mal so ein bisschen angeschnitten und vorhin auch schon. Deswegen würde ich jetzt gerne auf deine These kommen, nämlich, dass Essstörungen aus dem System Familie resultieren. Was ist mit dieser These genau gemeint? Genau, also man kann sich so ein bisschen vorstellen, Kind, Eltern oder vielleicht auch Bezugsperson. Wir sitzen irgendwo ja alle in einem Boot sozusagen, gerade im Kindes- und Jugendalter, im Erwachsenenalter ist es wieder ein bisschen was anderes. Aber so sitzen wir erstmal in einem Boot und Kinder beobachten halt wahnsinnig viel. Sie schauen sich auch ganz viel von den Eltern ab und sie spüren natürlich auch ganz viel, wie geht Mama mit ihrem Körper um, wie reguliert sie ihre Gefühle? Also wie verhält sie sich auch mit ihrem Körper? Auch der Papa oder andere, auch Großeltern können Punkt sein. Und Kinder zeigen irgendwann, wenn sie vielleicht so das Gefühl haben, irgendwie stimmt da was nicht. Also Kinder beziehen einfach wahnsinnig viel auf sich, weil sie in so einer Ich-Perspektive sind. Also du und ich, wir können ja auch darüber nachdenken, wie hätte die Person das gemeint? Das heißt, wir schaffen diesen Perspektivwechsel in die dritte Person. Wenn das Kind jetzt immer von Mama so einen, ich sag mal, bösen Gesichtsausdruck bekommt auf eine bestimmte Situation, dann kann es nicht darüber nachdenken, oh Mama hat vielleicht Stress auf der Arbeit, deswegen ist sie wütend, das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern das Kind fühlt sich immer zentral in dieser Ich-Position und sagt, oh das hat aber was mit mir zu tun, ich war jetzt irgendwie gerade falsch oder habe mich verhalten. Und das prägt natürlich irgendwie das Nervensystem und auch die Gefühle des Kindes. Und eben Kinder, die unter Erstörung leiden, zeigen Symptome, nämlich dass Essen irgendwo gerade ein Problem ist. Das heißt aber nicht, dass das Kind automatisch jetzt das Problem ist, weil leider wird das häufig gerne so ein bisschen so behandelt, das Kind hat eine Erstörung, Kind geht in Therapie, Kind geht in die Klinik und man, ja sag ich mal, schiebt das Problem so ein bisschen von sich weg, einfach weil viele Eltern gerne auch vielleicht ein bestimmtes Bild nach außen geben möchten oder sagen, eine psychische Erkrankung haben wir nicht oder das haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Also da geht es auch ganz viel darum, wie zeigt sich die Familie nach außen, was lebt die für Werte. Weil wenn das Kind eine Erstörung zeigt, das ganz wichtig ist, dass eigentlich alle sich ja irgendwo ein Stück weit verändern, für die Familie, für das Kind, weil sich nichts ändert, wenn das Kind eine Therapie macht, dann kommt es raus, das ist der Therapie. Und dann kommt es aber wieder in die Familie, die zum Beispiel gar nicht mehr richtig irgendwie zueinander findet oder lebt und ganz, ganz viel Streit immer herrscht. Ja, eine Freundin von mir hat das mal ganz treffend gesagt, die eben auch in dem Bereich aktiv ist. Sie hat gesagt, da wird ein Verhalten therapiert, aber nicht die Ursache. Genau, richtig. Ja, das passt eigentlich ziemlich gut. Einfach weil gerne so gesehen wird, naja, Kind hat das Problem, also soll Kind auch Hilfe bekommen, dass das Kind wieder normal wird. Aber das Kind reagiert nur auf dieses System, auf eine Situation, die wahrscheinlich auch schon lange besteht. Und das ist dann einfach, also das ist eine wichtige Perspektive, finde ich, in der heutigen Zeit, dass wir Erstörungen nochmal über den Tellerrand hinaus betrachten, nämlich dass die Ursache nicht unbedingt im Kind liegt, sondern es liegt in unserer Familie. Es geht da ganz wichtig gar nicht um das Thema Schuld, weil ganz viele dann so denken, oh mein Gott, jetzt habe ich mich aber falsch verhalten als Familie oder als Mama. Darum geht es gar nicht. Wir machen ja alle Fehler, wir bringen auch alle irgendwo unsere eigenen Sachen mit. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder erlauben, darüber zu reflektieren und gemeinsam vor allen Dingen als Familie zu sprechen. Gerade auch, wenn Geschwisterkinder sozusagen eine Rolle spielen, auch ganz wichtig. Weil gerne auch mal, wenn ein Kind krank ist, natürlich dieses Geschwisterkind dann auch im Schatten steht oder nicht mehr so diese Aufmerksamkeit und Fürsorge bekommt. Aber würdest du denn dann sagen, wenn wir uns jetzt eben dieses Familiensystem angucken und dass das alles rund läuft, dass die Entstehung von so einer Erstörung dann grundsätzlich vermeidbar wäre, wenn alle Rahmenbedingungen passen? Nein, sage ich mal. Weil es gibt bei Erstörungen nicht nur die Umwelt, also die Variable der Familie, sondern es gibt natürlich auch ein gewisses genetisches Potenzial, auch so ein bisschen biografische und biologische Faktoren. Das sind alles immer so Prozente, man kann es nie so aufteilen, woher ist es jetzt sozusagen, weil es eben schwierig ist, die Ursache zu finden. So am 22. war das und darauf hat das Kind das entwickelt. Also wenn wir Erstörungen in der Familie haben sozusagen, vielleicht die Schwester oder man hatte selbst eine, bietet das schon ein gewisses Potenzial, was ja auch weitergegeben wird. Also generell gehen wir auch an das Kind so ein bisschen etwas weiter, wie wir uns während der Schwangerschaft behalten. Wollten wir das Kind? Wie war die Geburt? Also solche Sachen sozusagen. Aber man kann schon ganz vieles vermeiden, wenn man als Familie offen ist und aufeinander immer wieder zugeht. Das war jetzt auf jeden Fall auch schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Aber mich würde interessieren, gibt es denn noch, sage ich jetzt mal, einfach umsetzbare Stellschrauben, die man denn so direkt drehen kann? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben die Kommunikation. Der andere Punkt ist aber auch dieser Umgang mit Medien heutzutage einfach für die Kinder. Also wie früh gebe ich meinen Kindern Zugang zu Instagram, zu YouTube, aber auch im Fernsehen. Und wie sehr sprechen wir über das Thema Körper, über das Thema Schönheitsideale und eben auch über das Thema Essen. Also eben, wie gehen wir bei Freunden mit dem Thema Süßigkeiten um? Wie gehen wir damit zu Hause um? Und ich glaube, damit kann man schon ganz, ganz viel machen. Eben diese Stellschrauben. Da wird vielleicht in der Welt oder in der Schule auch Dinge besprochen. Und wie sehen wir das denn zu Hause? Weil das Kind wird ja also gerade in der heutigen Zeit ein anderes aufwachsen als ich in meiner Zeit. Die bekommen ja irgendwann recht schnell Zugang zu diesen Medien. Sie bekommen da viel vorgelebt, wo sie vielleicht auch als Vorbilder haben. Und da ist es wichtig, einfach auch als Eltern drüber zu schauen, wo halten sich denn meine Kinder auf? Was konsumieren sie einfach auch jeden Tag? Weil das, was wir konsumieren, nun mal schon unsere Gedanken, unsere Gefühle und auch irgendwo dann unser Verhalten formt. Und ich glaube, wenn man da auch ein bisschen vielleicht die Oberhand auch mal drauf hat, gerade in den jungen Jahren, dann kann man da schon ganz, ganz viel mit erreichen. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, was man sozusagen auch vermeiden sollte. Gibt es denn noch was, was man zwingend vermeiden darf, wenn man gerade vielleicht auch weiß, dass man selber eine Vorgeschichte hat oder dass es in der Familie eine Vorgeschichte gab? Gibt es da irgendwas, worauf man achten kann? Ich würde sagen, das Thema Gefühle ist ganz, ganz wichtig. Also wie sehr dürfen Kinder fühlen und generell auch alle Gefühle zeigen? Wut ist auch so eine Emotion, die gerne in der Erstörung von sich abgegrenzt wird, weil wir zu Hause gelernt haben, oh, als Mädchen darf man nicht wütend sein beispielsweise. Also wenn man eine Vorgeschichte hat oder weiß, in der Familie gibt es Sachen bei Oma, Opa, wo auch immer, auch da mal zu gucken, wie bin ich denn mit meinen Gefühlen in Kontakt? Also wie sehr erlaube ich mir auch mal wütend zu sein, nicht nur die perfekte Mama zu sein und Selbstregulation mit dem Kind zu üben? Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sehe ich auch bei vielen meiner Frauen, die ich begleite mit Kindern, die auch irgendwie Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Also wie gehen wir mit Emotionen um? Lernt das Kind, Emotionen zu fühlen, aber auch zu regulieren? Ja, und wie gehen wir Eltern damit um? Weil es bringt nichts, um Kind zu sagen, mach das und das und ich als Elternteil komme nach Hause am Abend und esse dann erstmal meine große Tüte Süßigkeiten und Chips, weil das brauche ich jetzt, um mich sozusagen zu fühlen und zu befriedigen. Auch wenn das Kind das nicht mitkriegt, ist das was Wichtiges. Also dass wir auch als Elternteil gucken, schau, wie reguliere ich meine Gefühle? Und ich glaube, so Emotionsarbeit ist da ein ganz wichtiger Punkt, kann man auch von Anfang an in ganz frühen Jahren machen, weil man bei sich selbst natürlich auch schauen muss. Es geht nicht nur darum, dieses Kind jetzt da möglichst perfekt, sage ich mal in Anführungsstrichen, rauszubringen aus der Kindheit, sondern eben auch ich als Mensch sozusagen, auch als Elternteil und wir als Familie. Ja, wir haben glaube ich jetzt auch eine Generation, die ja sehr darum bemüht ist, bedürfnisorientiert zu handeln und auch eben dieses starre Muster über den Kopf hinweg entscheiden vom Kind und ja, das Kind in feste Formen pressen zu wollen. Da sind wir, glaube ich, hoffe ich, hui, toi, 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 drüber hinweg, also die meisten. Aber du hast jetzt ja ganz viele Sachen uns mitgegeben, was jetzt gerade auch Eltern und ihre Kinder angeht. Ist dein Buch explizit für Eltern gedacht oder auch für andere? Ja, also der Titel kann ja eben ein bisschen in die Irre führen. Es ist tatsächlich jetzt kein reiner Kinder-Eltern-Ratgeber sozusagen, sondern diesem Buch habe ich versucht, deswegen ist es sehr komplex. Es sind alle Erstörungen drin, sowohl Magersucht, Bulimie als auch Binge-Eating, also die drei häufigsten. Und es geht sowohl um Betroffene in jedem Alters, also natürlich, sobald das Kind sozusagen lesen kann. Es geht um Angehörige wie Eltern, es geht aber auch um vielleicht die Partner, die Partnerin. Also es ist wirklich für jeden Alter, es sind ganz viele Übungen drin, explizit für Angehörige wie Eltern, explizit für Betroffene wie Kinder. Es geht auch um das Geschwisterkind und es sind auch ganz viele Fallbeispiele aus meiner Praxis drin. Also wir sehen zum Beispiel Wege aus der Erstörung heraus aus, weil ich eben ein bisschen schon anders arbeite als vielleicht in der klassischen Therapie, wo man manual abarbeitet. Deswegen gibt es eben auch ganz viele so Fallbeispiele, praktische Sachen. Also es ist alles sozusagen mit drin. Alles, wofür ich stehe, alles, was ich erarbeitet habe, ist in diesem Buch komprimiert sozusagen drin. Das klingt ganz fantastisch. Und wir haben in dieser Folge auch komprimiert einiges von deinem Fachwissen jetzt abgreifen dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind leider schon am Ende angekommen. Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen, aber vielleicht können wir das ja zu einem späteren Zeitpunkt auch mal intensivieren. Es kommen ja auch immer viele Fragen aus unserer Community. Mich würde jetzt noch interessieren, hast du zum Abschluss etwas, was du gerne an unsere echte Mamas-Community loswerden möchtest? Gute Frage. So ganz spontan aus dem Hut gezogen. Lasst euch nicht in die Irre führen. Tatsächlich, ja. Also es ist immer ganz toll, offen zu sein, aber gleichzeitig ist es ein enormer Trunk da draußen. Sowohl, glaube ich, auch für Mamas, was es alles gibt an neuen Tools, Auflagen, Ernährung. Also hört ein bisschen mehr auf eure Intuition vielleicht auch. Schaut bei den Kindern, wie intuitiv die eigentlich essen und übernimmt das, anstatt so ganz viel zu gucken, was müssen wir machen. Ja, also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und wie die Kinder auch intuitiv wissen, was sie essen sollten oder brauchen. Also meine Tochter hat heute Spaghetti Bolognese gefrühstückt. Wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, aber scheinbar hat sie da Lust drauf gehabt. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Es war total schön, mit dir zu quatschen. Und wie gesagt, ich hoffe, wir dürfen auf dich als Expertin mal wieder zurückgreifen. Gerne. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, dir auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Eine wahnsinnig tolle Mission, auf die Julia sich damit ihre Arbeit begeben hat. Hoffentlich wird sie damit noch vielen jungen Menschen helfen und ihnen die Augen öffnen, sowie Eltern für das Thema sensibilisieren. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam. Und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, dann schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung. Und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.